Ein Tag kann das ja nicht sein, das ist nur eine Stunde. Wie, weil ich nicht wundere mich, wenn ich Teneriffa bin, dann bin ich auch kurz vor Afrika eine Stunde und dann noch mal so weit runter. Ah ja, das ist ja auch in die Richtung, anders ist es ja in die Richtung. Kommst du klar? Ja, kommst du klar. Das ist doch ganz schön weit.